Faszinierenderweise! Auch wenn das etwas komisch wirkt. Aber doch! Muss ich nur ganz kurz mal was gucken. Also ich wünsche dir auf jeden Fall schon mal eine gute Nacht, Joe. Lass mich mal kurz mal abschauen. Genau das habe ich mir nur nicht gedacht. Der liebe Stream versucht Beef mit mir zu starten. Ich habe ein bisschen Framedrops und das ist nicht irgendwas Leckeres, das man essen kann. Was willst du von mir? Ich habe einen Namen, doch ich erinnere mich nicht an ihn. Ich habe einen Namen, doch ich erinnere mich nicht an ihn. Dann war der Name wohl nicht allzu schön. Sollen wir vielleicht mal Gollum besuchen? Wo ist der Hauptquest? Das ist glaube ich hier oben. Die ausgestoßenen Irgon hat einen Plan, wie er die Aufmerksamkeit des schwarzen Hauptmanns auf Odun lenken kann. Zur Ausführung des Plans benötigt er jedoch mehr Männer. Schleich dich in die Festung der Uruks und befreie die Ausgestoßenen. Okay. Ich schleiche mich in die Festung der Ur-Uks. Die Ur-Uks, die alten. Ah Nefretil. Voll geil. Neue Herausforderung. Ja, weiß ich nicht, ob das Gollum-Spiel geil wird. Was? Ich habe erst letztens gelesen, das ist auch von irgendeinem deutschen Team. Und ich aber, ich weiß nicht, ob ich diesen Comic Gollum, ob der nicht abstoßt. Geh weg. Komm her. Pff. 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 Ciao. Pff. 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 Ja, genau. Im Trailer sah es gar nicht mal so gut aus. Ich weiß nicht, ob diese Art Spiel heute noch funktioniert. Das ist irgendwie nicht mehr so, dass das richtige Befreie den ausgeschlopfen irgendwie... Hallo, ich traue... Gollum, ich traue. Was êtes jetzt? Unglaublich, dass Sie uns für ein paar kaputte Werkzeuge töten würden. Die anderen sind nicht entkommen. Bitte hilf uns. Habe ich doch. Was soll ich denn jetzt tun? Ne, das Zwergen-Spiel ist was anderes. Es kommt ein Gollum-Spiel, mein Schatz. Das heißt Gollum. Das ist von irgendeiner deutschen Firma. Ich habe eine Spinne zertreten. Wie hieß denn die Firma? Ich weiß es nicht mehr. Hörst du mich? Du hörst schon, dass ich mit dir rede, oder? Dass das Gollum-Spiel von der deutschen Firma kommt. Ey, das ist eine Fähigkeit, die will ich auch. Ja, aber das meine ich nicht. Und das meint auch sonst keiner. Das ist, was ich gerade eben gesagt habe. Diese Fähigkeit will ich auch einfach abschalten, sodass ich einfach nicht höre, wenn jemand redet. Das ist ein Skill, der muss so unglaublich befriedigend sein. Richtig? Ja, nee. Ich habe das gerade alles schon erzählt. Ja, das habe ich schon mitbekommen. Bisschen. Bisschen? So, ciao. Und jetzt go bye. Tschüss. Dadalik, genau. Dadalik. Dadalik, Dadalik, Dadalik. Die machen so... Eigentlich machen die so... Habe ich's neue Augen und so Zeug. Also nicht, dass es ein schlechtes Spiel wäre oder so, aber what the fuck. Wie kommen die auf die Idee, ein Gollum-Spiel zu machen? Und dann diese Copic-Grafik. Das hat mir auch überhaupt nicht gefallen. Ne, und das mit den Zwergen, das wird richtig geil, glaube ich. Das wird, glaube ich, richtig gut. Die, ich weiß auch nicht mal, wie es hieß. Zwergespiel. Zwergespiel! Fühl dich wie zu Hause, Talion. Von dem hier haben wir wertvolle Informationen. Bevor er seinen Kopf verlor. Diese Trottel wissen nichts. Wir verschwenden kostbare Zeit. Kostbare Zeit? Wir haben erfahren, wo sie unser Schießpulver aufbewahren. Wie soll mir Schießpulver von Nutzen sein? Das gehört alles zum Plan, mein Freund. Für mich zählt nur, wie wir zur schwarzen Hand gelangen. Ist es dir so eilig mit der schwarzen Hand? Ganz wie du willst. Ich bring dich zu ihm. Ein bisschen Glück haben die Uruks den Zweck des Schießpulvers noch nicht entdeckt. Sie müssen meine Männer befreien, um das herauszufinden. Glaubst du, dass das Schießpulver die schwarze Hand hervorlocken kann? Ich hoffe es. Der Feind versammelt sich an den Uruk-Höhen, wo meine Männer in Ketten liegen. Ich hoffe auch Eren befindet sich da. Ich kümmere mich um die Uruks. Vielleicht sollten wir uns einer List bedienen und die Schwäche dieser Bestien ausnutzen. Grog. Hast du je von Hitlers gehört? Es ist ein Kraut und dient nur einem Zweck. Dem Vergiften von Orks. Folge mir. Jetzt muss ich kurz mal was gucken. Ja. Das ist halt auch so eine Sache, auf die ich halt mittlerweile kein Werk mehr lege, auf irgendwelche Trailer oder sonst irgendwas. Weil du siehst mittlerweile schon gar nicht mehr richtig, ob das rendered ist oder nicht. Das ist halt super scheiße. Kann halt auch richtig, richtig mies kacke werden. Was halt sehr schade wäre. Also ich wünsche mir sehr, dass es gut wird. Sehr. Aber, ähm, ich wurde schon so oft betrogen von Videospielefirmen, dass ich da, also ich freue mich einfach nicht mehr. Du weißt, wie ich zu Freuden stehe, Jolly. Also, wenn es kommt und es ist gut, dann ist es cool. Wenn nicht, schade. Aber, dann werde ich nicht zu enttäuscht sein. Ja, aber auch das ist ja, äh, nicht direkt scripted, aber im Endeffekt wissen die ja, was funktioniert und was nicht. Oder was gut kommt und was nicht. Und dann zeigen sie natürlich auch das, was gut kommt und was nicht. So. Mal gucken. Ich kann das halt erst beurteilen, wenn ich selber gespielt habe. Vorher beurteile ich das nicht. Ist sie der Grund, dass du dem Stamm beigetreten bist? Gründe gab es viele, doch sie ist mir der Teuerste. Es gibt so viele Lager, in die sie meine Frau verschleppt haben könnten. Glaubst du das ja ausgerechnet? In diesem ist? Mein Herz sagt ja. Ich hoffe für dich, dass dem so ist, Hiergon. Wo, Gon? Also, ich wünsche mir auch sehr, dass es läuft. Vielleicht kann ich es ja bis dahin sogar schon spielen, aber es kommt, glaube ich, im Februar. Ne? Also, eher unwahrscheinlich. Ich sammle Kräuter für das Gift. Alles andere juckt mich nicht. Das sieht für mich weniger aus nach Kräutern. Das sieht eher aus wie Eiterbeulen. Hier, 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 hieß der Typ. Achso, das war gar nicht das. So, da ist es doch. Ups. Das war jetzt... Hopp. Hopp. Schleicht da jemand doch nicht. Nein. Schleift niemand mehr. Er hat mich gesehen. Upsi, Pupsi. Gut, das ist... Also, das Klettern funktioniert super. Nur halt nicht da, wo man hin will. Wie ihr seht. Kurz ein paar Orkies auslöschen. Stopp. Und da habe ich ihm die Beine weggezogen. Und er kickt ihn weg wie ein Fußball. Tor. So, hier ist noch ein bisschen Kraut. Okay. Ich will aber eigentlich keine Pflanzen. Ich will töten. Ich will nur noch ein paar Orkies töten. Ich will nur noch ein paar Orkies töten. Ich will nur noch die harter Arbeit Männern wie dir überlassen. Weißt du, worauf ich richtig Bock habe, Jolly? Ja, wenn man genau hinhört, kann man nachher uns das Herzen machen. Auf den 20. Jahrhundert. Goodbye, mein Lover. Goodbye, mein Friend. Ich bin mit Pfeilen in Ork-Gesichter. Upsi, Pupsi. Was ist denn hier? Upsi, Pupsi, was ist passiert? Am 20. Januar kommt Monster Hunter Rise. In den Game Pass. Und daher, dass ich immer Besitzer des Game Passes bin, kann ich sofort spielen. Das wird so toll. In Mordor sind selbst die schönsten Blumen tödlich. Das stimmt gar nicht. Ich habe auch schon Nahrung gefunden hier. Da müssen wir hoch. Wir klettern da hoch. Ich habe genug davon, dass mich hier niemand respektiert. Ja, oben spinnt das Internet rum. Es kann sein, aber ich glaube, da musst du, in erster Linie musst du da Jolly fragen, weil ich glaube, der Jolly hat die sauberste Verbindung von uns. Aber nee, das ist eigentlich, sollte es gehen. Goodbye, mein Lieber. Goodbye, mein Freund. Na toll, muss ich jetzt den Karagor da entwuseln? Achso, nee, ich muss Gift suchen. Ah, doch, bei dem Karagor. Ja, der Karagor macht's. Ey, der hat mich angegriffen. Könnte jemand sein Kätzchen erziehen? Mann, geh mir aus dem Weg, du Spacko, Alter. Lass mich meine Orks schlachten. Das nervt immer so hart. Boah, und die Kamera ist so scheiße in diesem Spiel. Das ist so ein absoluter Rotz. Die ist ungefähr so... Die ist so langsam und sie... Sie tut einfach nicht, was man... Oh, nice. Hier noch ein bisschen mehr Crowd. Für den Danjo. Voll Gehirgon. Wo Gon? Nicht mehr Darkon. Ich hielt es nicht für möglich, dass Sauron wie zurückkehren würde. Dunkelheit fällt über Mordor. Ja. Das provoziert mich aber auch. Als wir merkten, dass wir die Orks nicht bekämpfen konnten, begannen wir uns als Sklaven zu verkleiden. Wir schlichen uns in Lager, um die anderen zu befreien. Was geht bei dir ab? Alles klar. Also dem nörgle ich gar nicht. Ich reg mich über die schlechte Kameraführung auf. Okay, vielleicht ist das nörgle. Und Hylgon regt mir auch auf den Sack. Regt mir auch auf den Sack. Also du weißt, was ich meine. Es ist so schlimm, dass ich gleich zwei Beleidigungen gleichzeitig benutzen muss. Lauf ein bisschen schneller, lieber Freund. Vielleicht bin ich einfach grundnegativ eingestellt heute, weil ich morgen alt werde. Hier oben. Wir haben nun bald genug Gift für unsere Zwecke. Ich bin bereits auf dessen Wirkung gespannt. Nach dem Magen nicht. Ich habe gerade mega Dampf gelesen, irgendwas. Okay. Was sagst du? Bitte Hylgon, lass mich jemanden töten. Das sollte reichen. Ja genau, gute Besserung. Jetzt musst du es ihnen nur noch in den Grog mischen. Werden die Orks das Gift nicht riechen? Nein, die Orks riechen kein Gift. Werden sie sicher nicht davon trinken. Die Uruks sind am vorderen Tor stationiert. Halte dich zum Wohle meiner Männer in den Schatten verborgen. Ich hole meine Männer und warte. Sobald das Lager sicher ist, werden wir das Schießpulver an uns nehmen. Denk daran, Talion, lass dich nicht erwischen. Die Uruks haben Sklaven schon für weitaus weniger getötet. Ich glaube, das ist denen auch einfach egal. Ich werde jetzt Gift in Grogfesse mischen. Nachdem Uruks dafür trinken, werden alle Überlebenden misstrowisch und beginnen sich gegenseitig zu beikämpfen. Ach cool. Ich darf also trotzdem durch Schleichttötungen Leute vernichten. Trägt dich nicht über Tee auf. Tee ist dein Freund. Ich habe keine Elben geschossen. Oh, nein. Hat er mich jetzt gesehen? Nö. Das ist ein bisschen immer so positiv. Er kann also ein paar Uruks zelten, ohne Wunden davon zu tragen. Das heißt nicht, dass er gut ist. Er hat einfach nur Glück. Goodbye, my lover. Nein, Waldo, du musst nur Eistee trinken oder so. Den ganzen Tag nur Eistee. Von morgens bis abends am besten. Ist, glaube ich, die beste Möglichkeit, schnell wieder gesund zu werden. Ist da? Wären sie so nett, zu mir zu kommen, damit ich sie Schleichttötungen kann. Bye, my lover. Ja klar, warum läuft der nicht auf dem Seil? So ein Loser kann nicht nur auf einem Seil laufen. So, ich brauche noch meine zwei Schleichttötungen. Ich finde das auch so krass. Ich vergesse das auch immer wieder, dass ich diese Fähigkeit habe, dass ich einfach alles sehen kann. So, muss ich die, die, du hast eine Fähigkeit zu verhalten, ja, super sweet. Ach nee, ich kann das direkt machen, gut. Oh Gott! Was ist das? Festnageln, ja, das ist auch ziemlich geil. Schleich auf Zehrungen, das ist eigentlich auch ziemlich geil. Ja, was ist das denn schönes, kritischer Treffer? Verdoppelt den Anstieg der Trefferserie. Ah! Ah! Das finde ich, glaube ich, auch richtig geil. Das nehmen wir. Und das nehmen wir. Sehr gut! Sehr, sehr gut! So, jetzt mal gucken. Mal gucken. Terrorisieren kann ich, glaube ich, auch noch gar nicht. Siehst du, auf dem Seil kann er laufen. Das ist ja cool genug, das ist, oder? So, Talio. Kannst du? Danke. Habe ich Pfeile? Ja, ich habe Pfeile. Alter! Erdi ist noch nicht so gut in diesem Spiel, muss ich sagen. Diesen zweiten Teil viel, viel, viel besser. Neulich gab es einen heftigen Sturm bei den Höhen. Er hat die ganzen Bleich heute krank gemacht. Antis! Ich brauche noch Schleichtötungen. Könntest du bitte hier runtersteigen? Nein? Andersrum, mein Freund. Andersrum. Das ist das. Der Bibel. Der Fabian. Ožstimme! Ožstimme! уч analyzed unser Vorbild.